Ich konzentriere mich auf das Wesentliche nur in Berlin und mein Fall ist unwichtig und das gehört dazu, das ist so heutzutage und das kommt sehr, sehr schnell, wenn die Ergebnisse nicht da sind und ich akzeptiere das und ich mache weiter. Ich habe Vertrauen an die Mannschaft und an mich. Wir können nicht die Mannschaft für das letzte Spiel kritisieren in Barcelona und wir müssen weiter so, wenn wir das Spiel analysieren, wir haben zwei große Möglichkeiten in der ersten Halbzeit und auch am Ende die letzten 25 Minuten haben wir drei, vier große Möglichkeiten. Es ist nicht alles negativ. Wir haben nicht schlecht gespielt in Barcelona. Wir müssen ein wenig positiv denken. Ich glaube, dass Jaden, als er reinkam, eine sehr gute Reaktion gezeigt hat, eine sehr gute Leistung gebracht hat. Die Fragen zielen ja immer darauf ab, ob ein Wintertransfer im Prinzip vorbereitet, in Klammern vorbereitet werden soll. Den Eindruck habe ich nicht, auch nach vielen Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, auch mit seiner Agentur und ich hoffe, dass er morgen sein bestes Leistungspotenzial zeigt.